Hmm, da rüber wollen wir einen halben Kilometer. Na dann. Müssen wir wohl oder übel hier entlang laufen? Was haben wir denn da? Daten. Siehste mal, lohnt doch ab und zu mal sich umzugucken. Ja, natürlich, komm. Bäm. Einfach mal eine Badewanne weghauen. Ist ja auch völlig normal, dass da einfach mal so eine Badewanne rumsteht, ne, klar. Ich habe auch einen Haufen alte Badewannen, die ich immer mal so in den Dschungel stelle und in verwilderte Städte und Domes. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Gar nichts, das ist ein Reh, schau. Nein, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Hier wird man immer sofort entdeckt, wenn man in Deckung ist und sich enttarnt. Ich verstehe gar nicht, warum. Aber diesmal nicht. Was wollt ihr von mir? Kann ich die umbringen? Ich will jetzt aber auch keinen Schuss verschwenden. Aber die werden mir auch als Feinde markiert. Ich verstehe es gar nicht. Da könnten wir mal einen auf Hunter machen. Müssen wir gar nicht, die kommen eh her. Dumme Rehe. Total dumm. Die dümmste KI ever. So. Boah, ey, diese Rehe. Schon ein bisschen blöd. Jawohl, immer noch dieselbe Nachladeanimation. Wie in Crysis 2. Ey, ich muss jetzt da so ein Viech umbringen. Tut mir leid. Wenn ich es treffe. Geht doch. Boah, bitte. Alter. Hat das irgendwie ADS oder so? Hallo. Äh, 1, 2, 3, viele. Alter, das sieht richtig geil aus. Mit den Augen da auch noch. Ich befürchte fast, dass ein Headshot den nicht töten wird. Okay, wie gehen wir vor? So, erstmal. Warn am Boden. Warn am Boden. Jackal. Schutzhelm. Primärwaffe Alpha Jackal. Okay. Schnell, bevor er entkommt. Das wärst du. Da ist er. Der Arten, der ihn abverstört hat. Blacktail actual. HPT in Beta 6. Beta 6. Pff. Ah. Shit. Shit. Was hast du, mein Freund, hä? Auf was muss ich mich hier einstellen? Sagt er mir gar nicht. Kann ich dich Tarn killen? Komm her, mein Freund, komm her. Welchere die Umgebung? Shit. Ich kann da gar nicht hoch. Was ist hier los? Hallo. Oh. Oh. Der Kerl darf uns nicht entwischen. Ja. Denkst du, hä? Denkst du? Okay, Hedgehog tötet ihn doch. Na, wenn das so ist. Du hast dich die längste Zeit umgeguckt. Fernkampfsgar. Ne, kannst du einpacken, stecken lassen, wie auch immer. Will ich nicht, Dankeschön. Oh, schau mal. Ampel. Hahaha. Das Ding müssen wir auch auf jeden Fall noch benutzen. Schon wieder so eine Badewanne. Alter. Boah, 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 boah. Alter. Clayton, Romeo Actual. Hier Romeo 1. Ich, ähm, sitze hier immer noch fest. Haha, da kommen wir auch gar nicht mehr zurück. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Romeo 1. Das muss wahr. Wir haben im Moment Wichtigeres zu tun. Du hattest recht, Psycho. Sie steht auf dich. Ich fange an, sie zu mögen. Blöd, Mann. Alter. Übrigens extrem cool hier mit diesem Auswahlrad. Aus Crisis 1 übernommen. In Crisis 2 gab es das ja meines Wissens nach nicht. Aber ich finde es schön, dass es wieder da ist. Wollte ich nochmal gerade so... ...eins, ihr Primärziel ist in Sicht. System X ist in einem Ertekomplex mehrere hundert Meter unter dem Straßenniveau untergebracht. Aber das Kontrollsystem ist direkt über Ihnen. Sie müssen da irgendwie rauf. Schaut euch das mal an. Oh, Eichhörnchen. Hahaha. Oh nein. Das arme Eichhörnchen. Oh nein. Jetzt habe ich... Hat es da hinge... Ne, das ist der Einschluss. Äh, der Einschlag. Jetzt habe ich ein Eichhörnchen auseinandergebracht. Vereint im Tod. So. Boah, können wir da hoch... Ne, ich glaube, das geht nicht. Wir könnten eigentlich mal gucken, ob wir uns noch was... Ne, können wir nicht. Okay, dann hat sich das erledigt. Romeo 1, die Lage ist kritisch. Cell betreibt den Nexus ohne Energie für die Stabilisierungsmatrix weiter. Er könnte jeden Moment infolieren. Wir starten Operation Jackhammer. Bringen Sie den Enek, die Ausstufe, unter Kontrolle, damit System X abgeschaltet werden kann. Roger. Operation Jackhammer. Also da haben wir ein Geschütz. Aber sonst eigentlich... Eigentlich gar nichts. Eigentlich sehe ich da gar nichts. Merkwürdig. Wir können doch nicht nur ein Geschütz da hinstellen und dann war's das. Naja, kommt uns nur gelegen. Da unten. Eins. 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 Entschuldigung. Alter, die Musik, Leute. Gebt euch das. Ich würde am liebsten einfach nur... ...die ganze Zeit die Musik anhören und... ...und nichts weiter. Mist. Ja, natürlich. Alarm. Kein Problem für mich. Wo geht's da rein? Da schon mal nicht. Da unten vielleicht. Gucken wir uns erst noch ein bisschen um. Der Haupteingang wäre ja zu einfach, ne? Ist klar. Vielleicht hier? Nein. Da vielleicht? Oder vielleicht ganz hinten? Ne, da waren wir schon, oder? Ne, da waren wir noch nicht. Da geht's rein. Oh, ihr könnt mich mal. Puh, das war knapp. Dann wäre ich fast in die Falle getappt. Was haben wir denn da alles? Und was sind das für zwei komische... Ach, das bin ich, glaube ich. Okay. Diese zwei Wasserkreise da. War das jetzt überhaupt nötig, dass ich da hingeschwommen bin? Was ist hier los? Nichts. Ganz ruhig, da ist nichts. Richtig. Da sind welche. Okay. Wir müssen irgendwie dahin. Okay, kein Problem. Eins, zwei, drei. Irgendwas fahrendes. Vier. Könnte funktionieren. Könnte. Shit. Na gut. Wie ihr wollt. Ich hab's euch auf die leichte Tour angeboten, aber ihr wolltet ja nicht. Oh. Ja, komm, nimm doch mit, nimm doch mit. Alter, shit, 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 shit. Alter. Das war fail. Das war fail, Leute, das war fail. Nochmal. Ach komm, die Dinger können mich jetzt mal. Das Ding ist nicht mal bemannt. Das Teil ist echt geil. Was ist das denn? Ich glaub, das kann ich hacken. Aber ich schieß mal lieber drauf. Okay, hacken geht vielleicht aber auch nicht. Shit. Ammunition, alter, what the fuck. Vielleicht sollte ich doch durchsneaken. Hahaha, okay. Alles klar. Ich habловut. Die Dinger, als ich noch bin nicht bis zu da. Überall. Überall.